Musik Zwölf wichtige Dinge, die Selbstständige und Seelsorgerinnen, Seelsorger lernen können von dem Märchen Die alte Bettelfrau Ein Märchen bewahrt durch die Gebrüder Grimm Erstens, nimm nichts Schlimmes hin, nur weil du es schon kennst Zweitens, denke daran, dass es eine höhere Gerechtigkeit gibt Drittens, jeder Mensch kann freundlich sein Fünftens, wer Wärme zu lange entbehrt, geht größere Risiken ein, um ihr nahe zu sein Sechstens, Risiken sind mit Gefahren verbunden Siebtens, wer kein Risiko eingeht, steht nur daneben, aber nimmt nicht am Leben teil Achtens, Beobachtung und Analyse ermöglichen eine adäquate Handlungsweise Neuntens, die Rückversicherung, ob andere deinen Schlussfolgerungen zustimmen, kann wichtig sein Zehntens, doch Zustimmung Dritter ersetzt nicht die eigenen Handlungen Elftens, tue das, was erforderlich ist Zwölftens, auch wenn es noch so unwahrscheinlich ist, dass es das Problem löst Wenn du tätig wirst, um zu heilen Dann ist ein Versuch bereits die Lösung Erlösung Das waren Schlussfolgerungen für Selbstständige und Seelsorger, Seelsorgerinnen zu Die alte Bettelfrau Ein Märchen, bewahrt durch die Gebrüder Grimm Vorgetragen von Carmen Splitt Social Media Coach, Bloggerin, Kreuzspinnerin Und das neue Bettelfrau Untertitelung des ZDF für funk, 2017